Moin, mein Name ist Alvo, ich bin gerade im Wald unterwegs und heute schauen wir uns ein günstiges Survival-Messer an, das ich besser finde als das Beer Grills Messer. Wenn dich das interessiert, dann bleib da einfach dran. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Das Beer Grills Messer kennen natürlich die meisten von euch, hatten es schon mal in der Hand oder haben zumindest mal ein Video drüber gesehen. Ich hatte es persönlich auch einige Male im Test und in der Hand, zum Beispiel auf Messen, die verschiedensten Modifikationen bzw. Modelle davon. Ich muss sagen, ich finde es an sich kein schlechtes Messer in seiner Gesamtkonzeption, aber dazu kommen wir später. Denn heute möchte ich euch eine echte Alternative zeigen und zwar das ganze Survival-Messer. Das ist das gute Stück hier. Das Messer habe ich jetzt schon einige Zeit im Test, über ein Jahr mittlerweile. Ich habe auch schon in verschiedenen Videos das verwendet, ich habe es auch schon mal in einem kleinen Video extra einmal gezeigt und dann jetzt im Langzeittest kann ich meine endgültige Meinung abgeben und die ist absolut positiv. Kommen wir einmal zum Messer an sich. Das ist ein ganz normaler 440C Stahl, brüniert, wie man sieht, hat oben eine Reißfläche für Feuerstahl, finde ich gut. Hat hinten ein Schlagstück sozusagen und ein kleines Lanyardloch. Ob man braucht oder nicht, kann jeder für sich selbst entscheiden. Und was mir sehr gut gefällt, ein fantastischer Griff, auch für meine Riesenpranken oder für meine dicken Finger, je nachdem ihr das sehen wollt. Der sehr schön griffig ist. Dazu gibt es eine Standardscheide. Hier sieht man Nylonschlaufe, was mir sehr gut gefällt, dass das eine große Schlaufe ist, sodass es weit runterhängt und auch durch dicke Gürtel durchgeht ohne Probleme. Die Scheide an sich ist Kunststoff, kein Kydex. Wichtig, hat vorne einen integrierten Feuerstahl, der super gut hält und der Feuerstahl funktioniert auch sehr gut. Damit kann man gut Feuer machen. Habe ich schon viele, viele Male gemacht. Hinten einen kleinen Schleifstein. Habe ich noch nie benutzt. Und hier wäre normalerweise noch ein Gurtschneider unten dran. Habe ich abgeschnitten. Hat mich nur genervt. Wer das ganze Survival-Messer sieht und vielleicht auch schon mal ein Video darüber gesehen hat und weiß, wie ein Beer Grill Survival-Messer aussieht, der merkt gleich, dass da die Chinesen, die das ein bisschen gemacht haben, also ganz so, sich da natürlich ein bisschen was abgeguckt hat. Es ist nicht eins zu eins abgekuffert, aber es geht schon ein bisschen in die Richtung. Beer Grills hat mit diesem Art von Messer den Markt sozusagen ein bisschen vorbereitet, ist aber in meinen Augen völlig überteuert. Für das Beer Grills Messer zahlt ihr je nach Ausführung irgendwo zwischen 40 und teilweise 100 Euro. Ja, wie gesagt, je nach Ausführung, was dabei ist, aber eine vergleichbare Variante ist schon dann sehr teuer meistens. Das ganze Survival-Messer selber kann man direkt aus China bestellen. Dort bezahlt man meistens so um die 20 Euro oder man kann es auch auf Amazon kaufen, wenn es nicht gerade ausverkauft ist. Und dann ist es meistens so im Bereich von 35 Euro. Das heißt, selbst wenn man es nicht aus China bestellt, sondern von Amazon direkt und ein Zwischenhändler hier in Deutschland bezahlt, gibt man viel weniger Geld für dieses Messer aus, was genau das gleiche kann. Das Wichtigste an einem Messer ist im Endeffekt, wie gut man damit arbeiten kann. Das heißt allgemein, wie ist der Stahl, wie kann ich damit schnitzen, kann ich damit batonieren? Die typischen Fragen. Das Schnitzen ist absolut kein Problem. Es beißt sich ordentlich rein. Es hat einen Flachschliff. Ein Scandi-Schliff ist natürlich immer noch mal ein bisschen angenehmer für Schnitzarbeiten. Ich finde Flachschliffe aber universaler, muss ich einfach sagen. Die beißen sich, wenn man es vielleicht gerade mal nicht will, nicht so doll in das Holz rein, wie es jetzt zum Beispiel ein Scandi tut. Das heißt, man kann meiner Meinung nach leichter Feathersticks machen, obwohl man das natürlich auch mit einem Scandi-Schliff, wenn man ein bisschen weiß, wie man damit umgehen muss, locker machen kann. Batonieren ist gar kein Problem. Der Stahl ist ordentlich dick, ungefähr 4 mm dick, 3,7 würde ich eher ungefähr schätzen und zieht sich bis nach unten relativ dick durch und erst ganz unten wird es dann relativ schnell dünn zum Flachschliff. Der Feuerstahl funktioniert super. Ich habe auch gerade wieder eine Tour hinter mir, wo ich mein Trang ja damit angemacht habe. Das ist absolut kein Problem und jetzt ist er schon über ein Jahr in Gebrauch und da ist immer noch ordentlich Magnesium-Verbund-Gemisch drauf. Tja, und das ist schon das ganze Messer. Sehr einfach, günstig und super, auch für Anfänger natürlich geeignet. Habe ich schon mal in einem Anfänger-Video gezeigt, wo ich verschiedene Messer miteinander verglichen habe und gesagt habe, was man da am besten benutzen könnte. Es gehört auch zu meinen All-Time-Favorite-Messern, muss ich sagen. Habe ich gerne mit dabei. Super. Wenn es dich interessiert, findest du natürlich unten in der Videobeschreibung alle Links zu diesem Messer für weitere Infos, aber natürlich auch zu anderen Ausrüstungsgegenständen, die ich so mit am liebsten habe, einfach mal durchklicken. Hier links und rechts oben findest du jetzt weitere Videos zu Ausrüstung. Einfach mal durchklicken, wenn dich davon was interessiert. Damit kannst du den Nachmittag schön und spannend verbringen. Unten in der Videobeschreibung findest du nicht nur Ausrüstungslinks, sondern auch Links zu Social Media für Fotos zum Beispiel auf Instagram oder auch Playlisten von Videos, die ich selbst zusammengestellt habe. Einfach mal durchklicken, da sind die besten Videos mit dabei. Ansonsten hier auf dem Button kannst du mich abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Ich sage dann mal bis zu den nächsten Videos. Tschüss, tschüss.